Hallo Freunde, ich bin hier im Wald und schaue nach dem Grünen hier. Und wir haben Herbst. Und später nehme ich die, wieder die kleine Grünen hier wieder nach Hause. Und hier sehen wir die Grünen hier viel besser. Und dieses Jahr habe ich was eingepflanzt. Das sind die ganz vor dieses Jahr. Ein großer Grünen hier. Das war ein großer Busch. Und die habe ich hier oben hingebracht. Mal gucken, ob sie im Winter überstehen oder im Frühjahr. Die treiben hier noch aus. Man sieht die ganz toll. Mal gucken, ob sie hochkommen. Und hier sehen wir ein kleines Künkel. Und die nehme ich später nach Hause. Und nehme die ab. Und setze sie hier wieder im Frühjahr oder im Sommer. Hier in dem, zu der anderen Grille. Auch hier sieht man schön, wie sie gewachsen sind. Dass sie große Erzogel sind. Der Regen hat gut getan. Im Sommer war gar kein Sommerregen da. Aber die Natur braucht das. Auch hier sieht man auch die Grünen hier. Dass sie toll geworden sind. Auch die Natur hat den Regen gebraucht. Auch klein. Auch die Kleine sind gut gewachsen. Man sieht sie toll. Sie sind echt gut geworden. Hätte euch dieses Video gefallen hat. Daumen nach oben. Eure Michi. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.